Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited. Mein Name ist Volker Zwing. Ich habe letzte Woche am Morgen in Psalm 3 gelesen, Herr, du bist meine Ehre, du hebst mein Haupt empor. Ich bin dann nachmittags meiner Nebentätigkeit als Gartenhelfer nachgegangen und da habe ich zuerst mal in der Firmenzentrale eine große Packung Marci geschenkt bekommen. War in der Woche davor eine größere spontane Gartenaktion, wo man Hecken fertig schneiden musste und das war ein Dankeschön von der Firma. Dann bin ich losgefahren und bei meinem ersten Objekt, wo ich Rasen gemäht habe, kam eine ältere Frau auf die Terrasse und hat gefragt, ob ich ihr einen Gefallen tun kann und ihren vertrockneten Thuja-Strauch insalgen. Ich habe gesagt, ja, das kann ich und sie wollte mir dann unbedingt 10 Euro Trinkgeld geben. Das hat mich gefreut und ich habe das genommen. Und dann beim nächsten Objekt, wo ich Rasen gemäht habe, da kam eine Frau auf die Terrasse und hat mir eine Tasse Kaffee gebracht und ein paar Kekse. Und als ich dann abends nach Hause gefahren bin, kam mir der Vers wieder in den Sinn, Herr, du bist meine Ehre, du hebst mein Haupt empor. Dann habe ich gesagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Haupt empor gehoben hast und dass ich heute dreimal erlebt habe, wie meine Arbeit an Erkennung gefunden hat. Und das wünsche ich dir auch für den heutigen Tag. Tschüss und auf bald!